So, Dock Rescue heute mal wieder zu Besuch. Nicht zu Besuch, sondern zu Twitter. Mal wieder, ich bin ja fast jeden Tag hier und ja, schauen wir mal, wie es dem Süßen wieder so geht. Vorne kommen auch Besucher, gehen auch gerade rein. Das sind unsere Gehege. Schauen wir mal, ob sie uns begrüßen. Musik 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 Oh, 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 oh Oh, wie gierig. Wer kommt? Hey, hey, hey. Los rein. Rosi, Rosi, Rosi. Losi Oh, ich habe wartet Ich habe wartet Ich habe wartet Ja, hallo Ja, hallo Wer hat er wohl Wer hat er wohl Ah Hopp Liebsamen Liebsamen Lass meine Finger dran Lass meine Finger dran Ja, hallo ihr Süßen Ja, hallo Wer möchte Würstchen? Wer möchte Würstchen? Wer möchte Würstchen? Oh ja, ihr wollt auch Na klar Na klar Langsam 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 So Jetzt haben sich alle wieder ein bisschen geruhigt Nach der Würstchenfütterung Meine Finger sind noch halbwegs dran Zwar einige Zwar einige blutige Wunden Kratzwunden in erster Linie Darum Man muss die Finger immer schnell genug wegziehen Weil sonst werden die Finger mit den Würstchen vermittelt Ich muss doch nicht immer so böse sein Ihr müsst doch nicht immer so böse sein Nein, ihr müsst nicht böse sein Alles gut Alles gut Alles gut Ja, wer wartet denn da auf mich? Wer wartet denn da auf mich? Wer ist denn da so verrückt? So Hallo Nicht hoch, mein Gehen Oh Oh, mein Mädchen Oh, ja, du auch Du auch, du bist auch mein Mädchen So Einser Kompound Etwas verrückte Hundis Wie man gesehen hat Ah, ich komme ja schon zu euch Ja, 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 ja Ja, 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 ja Ja, komm Ja, komm Ja, komm Ja, ist auch geil Ja, ist auch geil Nicht eifersüchtig sein Jeder wird gestreichelt Ja, wieso ist unser Baumhund nicht auf dem Baum? Ja, wieso bist du nicht auf dem Baum? Hat es geregnet oder was? Warum bist du nicht auf dem Baum? Ja, ich hoffe. Ja, ich hoffe. Jetzt gibt es was Leckeres, und zwar Reis mit Chicken, das gibt es einmal am Tag und viele kleine Schüsseln verteilt und das gucken wir uns jetzt mal an. Oh, gut. 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 Untertitelung des ZDF, 2020